Diese Woche hat es wirklich in sich, der Logbit Takedown, eine Lücke in Screen Connect, die richtig kritisch ist und ich habe es nicht mal geschafft, einen Leak für eines chinesischen Spyware-Herstellers unterzubringen. Das werde ich andermal irgendwo schaffen. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Beginnen möchte ich mit dem Takedown der Ransomware-Gruppe Logbit. In einer gemeinsamen Operation, die sie Operation Kronos genannt haben, haben diverse Behörden es geschafft, die Infrastruktur der Logbit-Gruppe zu hacken und hier an viele, viele Informationen zu kommen. Die Ergebnisse dieser Operation sind unter anderem, wurden zwei Personen verhaftet, wobei ich nicht glaube, dass die aus dem Kernteam sind. Gegen zwei weitere Personen gibt es Anklagen, die sind namentlich bekannt. Es wurden 14.000 Accounts bei ProtonMail, Mega-Upload und so weiter langgelegt. Über 200 Krypto-Wallets wurden übernommen, die Infrastruktur natürlich langgelegt und es wurden 1.000 Decryptos erbeutet, mit denen man jetzt den Opfern helfen kann, die Dateien wieder herzustellen. Aber wie war das möglich? Logbit, dahinter stecken eine oder mehrere Personen, die unter dem Nickname Logbit-Sub, also Logbit-Support agieren und die haben dann auch einen Post veröffentlicht, den ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar wurden anscheinend Webseiten von Logbit gehackt über eine bestimmte PHP-CVE, einen Buffer-Overflow, es könnte aber auch eine Zero-Day-Lücke irgendwie in PHP gewesen sein. Auf jeden Fall hatte Logbit nicht die PHP-Version upgedatet und so konnte man dann diese Server übernehmen. Anscheinend sind damit zwar auch Server gecrashed worden, aber eigenen Aussagen zufolge ist der Logbit-Support schon faul geworden, weil die schwimmen seit fünf Jahren im Geld über 100 Millionen Dollar. Da sind sie einfach faul geworden, sie haben die Server neu gestartet und sich nichts dabei gedacht und dann weiter Party auf einer Yacht mit ein paar Frauen gemacht. In dem Post, den ich eigentlich nur mit einem ragenden Call-of-Duty-Kind vergleichen kann, sind sie dann auch direkt in Verschwörungen abgetrifftet. Und zwar sind Logbit oder die Personen dahinter, die Personen dahinter, Supporter von Trump, vielleicht weil er die einzige Chance ist, dass Cyberkriminelle Brudis wie der jemals wieder Fuß außerhalb von Russland irgendwo setzen können. Naja, auf jeden Fall sagen sie, der Hack oder der Takedown ist passiert, weil sie Daten erbeutet haben, die die US-Wahlen beeinflussen könnten. Das will ich jetzt nicht ausschließen, die haben tausende Opfer, da wird die eine oder andere Anwaltskanzlei oder was auch immer dabei sein. Aber ja, ist vielleicht ein wenig mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, wie geht es weiter? Logbit hat, hat sich herausgestellt, bereits an einer neuen Version ihrer Schadsoftware gearbeitet, diesmal im .NET Framework und die hat schon sehr, sehr viele Features und ist mehr oder weniger schon production ready. Das heißt, die werden sehr wahrscheinlich bald da umsteigen auf die neue Version und ob dann man irgendwie mit den Decryptern oder geleakten Quellcode oder so dann trotzdem noch Opfern helfen kann, die verschlüsselt wurden, wage ich zu bezweifeln. Das ist dann ein schwacher Trost. Hier muss auch gesagt werden, die bisherige Logbit-Version war ja die Version 3. Die Gruppe war also schon mehrmals gezwungen, auf eine neue Version umzuschwenken, Teile der Infrastruktur, Teile der Schadsoftware neu zu bauen. Da gab es einen Leak des Quellcodes auch. Also ich würde jetzt nicht wagen zu behaupten, dass die Gruppe wirklich gänzlich offline genommen wurde. Außer natürlich, es gelingt ans Kernteam zu kommen. Das Kernteam aber ist laut diesem Post hochmotiviert, jetzt wieder mal an der eigenen Qualität zu arbeiten. Sie sagen, 100 Millionen Dollar, da ist es schwer sich zu motivieren, sich vor den Computer zu setzen und da immer up to date und fit zu bleiben. Aber jetzt, was sie motiviert, ist Wettbewerb, in diesem Fall mit den Behörden. Und jetzt sind sie motiviert, richtig loszulegen. Ich weiß nicht, wie viel dahinter wirklich steckt, denn die Behörden haben auch auf ihrer Seast-Seite auch erklärt, dass sie wissen, wer Logbit-Sub ist, welches Auto er fährt. Es ist ein Mercedes und kein Lambo und dass sich eine Person bei ihnen schon gemeldet hat. Also sehr spannend, was da noch passieren wird. Ob das Vertrauen innerhalb des kriminellen Ökosystems in die Gruppe nun zerstört ist oder ob hier tatsächlich Personen aus dem Kernteam deanonymisiert oder gar verhaftet werden, das ist alles eine Frage der Zukunft. Nur so viel sei gesagt, die Leak-Blocks mit den Unternehmensdaten usw. sind unter neuen Onion-Adressen im Darknet bereits wieder erreichbar. Was glaubst du? Bleibt die Gruppe uns erhalten, blöd formuliert? Oder sind sie jetzt wirklich empfindlich gestört? Brauchen sie jetzt wieder ein paar Monate oder machen sie direkt weiter? Lass es mich wissen in den Kommentaren. Und wenn du IT-Security-Beratung, Schulungen für deine EntwicklerInnen-Team benötigst oder einfach einen Pentest, dann lass es mich wissen unter martin.adversary.at. Unterstützen kannst du mich außerdem auf Patreon, bei mir Coffee und Seedshirt. Links unter dem Video. Und natürlich, indem du das Video likest, den Kanal subscribest und mir auf LinkedIn folgst. So dann, weiter geht's. Screen Connect kannte ich vorher nicht. Jetzt weiß ich aber, glaube ich, alles, was ich wissen muss. Es gibt eine sehr, sehr kritische Lücke in diesem Tool, das hauptsächlich von Managed Service Providern, also IT-Dienstleistern, verwendet wird zur Remote-Verwaltung von Servern, Rechnern und anderen Geräten. Genauer gesagt gibt es zwei Lücken. Eine davon ist 10 von 10 CVSS-Score kritisch und ermöglicht einem Angreifer innerhalb weniger Sekunden einfach so auf einem Screen Connect Server einen neuen Admin-User anzulegen. Einfach so. Und als ob das nicht genug wäre, gibt es eine zweite Lücke, mit der dieser Admin-Zugriff auch direkt verwertet werden kann in eine Remote-Code-Execution am Server selbst. Gemeinsam sind diese Lücken ein sehr, sehr mächtiges Tool im Arsenal von Angreifern, wie dieser Proof-of-Concept von John Hammond zeigt. Innerhalb weniger Sekunden existiert hier sofort ein neuer Admin-User und der wird dann dazu verwendet, Direkt-Code am Server auszuführen. Die erste Lücke, die Authentication-Bypass, also das Umgehen der Authentifizierung, ist wieder einmal so einfach auszunutzen. Das haben wir jetzt vermehrt in den letzten Wochen. Und zwar gibt es bei Screen Connect einen Setup-Wizard, mit dem man das ganze Ding einrichtet. Und normalerweise sollte der nur einmal ausführbar sein. Das wird auch korrekt gecheckt, wenn man wirklich einfach nur setupwizard.aspx aufruft. Allerdings gibt es in .NET ein paar Eigenheiten und zwar kann man hinter dieses aspx noch slash beliebiges dranhängen, man landet aber trotzdem in demselben Codepfad. Und dadurch, dass hier Screen Connect einfach nur einen String-Vergleich auf setupwizard.aspx durchgeführt hat, gelangt man so anscheinend in einen Codepfad, wo nicht geprüft wird, ob das Ding schon einen Admin-User hat, ob das Ding schon eingerichtet ist und der Setup-Prozess, der Setup-Wizard startet vom Neuem. Und damit lässt sich dann als Angreifer einfach ein neuer Admin-User anlegen. Die zweite Lücke ist dann eben Feature für Erweiterungen. Das ist ein sehr, sehr cooles Feature, mit dem man sehr oft auch direkt es schafft, Remote-Code-Execution zu erlangen, ist aber sehr oft eben Admin-Usern vorbehalten und deswegen nicht ganz so sinnvoll als für den Angreifer. In diesem Fall natürlich schon. Es gibt nämlich ja einen Weg, mit dem man in drei Sekunden einen Admin-User anlegen kann. Und die Kombination dieser beiden Lücken wird bereits vom gesamten kriminellen Ökosystem ausgenutzt, um Krypto-Miner zu deployen, aber auch von Ransomware-Gruppen. Darunter zum Beispiel Logbit wurde beobachtet, dass hier die Logbit-Shard-Software verwendet wurde. Muss aber nicht heißen, dass das tatsächlich die Kern-Affiliates von Logbit selbst sind. Es wurde nämlich der Quellcode mal geleakt von diesem Krypto und der scheint das hier gewesen zu sein. Laut blieblichen Computers waren am 22. Februar 8600 Screen-Connect-Instanzen im Internet auffindbar, davon 980 gepatcht. Also lessons learned, unbedingt patchen. 23.9.8 ist die Version, die diese Lücken fixt. Und wenn ihr das jetzt noch nicht habt, oder eigentlich generell, solltet ihr in die Incident-Response gehen. Das Ding wurde wirklich, wirklich im großen Stil ausgenutzt und die Bandbreite an Akteuren, die das ausgenutzt hat, ist so breit, dass man nicht genau sagen kann, woran man das genau festmachen kann, dass man gehackt wurde. Also man sollte, das ist meine Empfehlung, sich generell den Server ansehen, aber auch schon schauen, ob nicht vielleicht schon Lateral Movement auf andere Geräte oder Server stattgefunden hat. Aber da auf jeden Fall noch in den einschlägigen Blogs nachschlagen, das kann ich jetzt nicht hier im Video einfach so alles aufzählen. Und für Developer genau wissen, was die Eigenheiten des Frameworks sind. Bei .NET eben das hier, String-Vergleiche auf eine .asbx-Datei in Verbindung mit dem Feature, dass hier alles, was danach kommt, in anderer Form im Programm zur Verfügung gestellt wird, dass das problematisch sein kann. Bei Ruby on Rails, wie wir bei der GitLab-Lücke gesehen haben, war es einfach das fehlende Typing und das ganze Thema Mass-Assignment mit den Parametern in diesem Framework. Ich persönlich hoffe, dass Logbit möglichst lange weg bleibt. Da soll sich ruhig die Party auf den Yachten gönnen, aber bitte uns normal arbeiten lassen. Bis nächste Woche.